Hallo, nachdem wir jetzt das Repository erstellt haben und uns das Beispiel beschafft haben, würde ich jetzt mal einen kurzen Exkurs machen, dass wir uns anschauen, was in diesem Beispiel passiert und das Beispiel eben entsprechend vorstellen. So, jetzt machen wir uns das Leben mal ein bisschen leicht und kopieren einfach mal eine vorbereitete Webseite da rein. Die hat jetzt irgendwie 26 Dateien, hat er kopiert. Das schaut jetzt einfach so aus, hier liegen eben Dateien mit ein paar Verzeichnissen und jetzt schauen wir uns das mal eben an, wie das in dem PHP-Storm aussieht. Also das Ganze ist hier so aufgebaut, also hier im ICO-Verzeichnis sind die ganzen Icons drin. Dann haben wir hier ein Include-Verzeichnis, wo eben PHP-Brocken drin sind, die wir nachher inkluden. Style, da liegt unser Style-Sheet drin und dann haben wir eben hier in PHP unsere Standard-Dinger. Bevor wir uns das Ganze im Detail anschauen, kurzer Blick auf das Layout. Also das ist jetzt mal hier so ein Standard-Layout, besteht aus so einem Header, der eigentlich immer konstant bleibt. Dann kann man hier so einen Navigationsbereich haben. Dann gibt es den Hauptbereich meistens in der Mitte mit so Sidebars an den Rändern, dann hier die rechte Sidebar, die linke Sidebar und entsprechend so ein Footer, der dann auch immer gleich bleibt. Sieht HTML-mäßig so aus, also hier kann man sehen, Header und so weiter. Wir haben jetzt den Navigationsbereich weggelassen. Das sieht also im Prinzip dieses simple Layout, was wir gleich sehen werden, sieht so aus. Ja, und da besteht im Prinzip hier oben ist der Header. Dann haben wir hier die linke Sidebar, hier den Hauptbereich, hier entsprechend die rechte Sidebar und den Footer. Und weil die Footer und Header und die Sidebars immer gleich bleiben sollen, gibt es da im Prinzip so eine Include-Logik, wo wir im Prinzip einfach sagen, naja, also das, was hier Header und linke Sidebar ist, das packen wir in eine Include-Datei, den Header-Inc. Dann die eigentlichen Inhalte kommen in eben so eine PHP-Datei und dann wird eben in dieser PHP-Datei wieder der Footer inkludiert. Ich habe dann hier oben nochmal so eine Unterscheidung gemacht. Ich habe im Prinzip diesen ganzen Preface, der hier in den Head normal reinkommt, in das HTML nochmal ausgelagert, weil da sind ja dann die ganzen Referenzen auf irgendwelche Style-Sheets und irgendwelche einzubindenden JavaScript-Dateien drin. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man das irgendwo nochmal ein bisschen zentral an einer Stelle hat und dann nicht in so einer ellenlangen Header-Datei irgendwie danach suchen muss. Also das ist unser Grundgerüst. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das im PHP-Storm aussieht. Also hier sind die Icons drin, aber das hier sind die Includes. Also wir sehen, hier ist der Footer, das ist der untere Teil. Dann haben wir einen Header, das ist hier der obere Teil. Da ist der Include von der Preface drin. Sehen wir hier, das sind unsere ganzen eingebundenen Dateien, also die Icons und die Style-Sheet. Ja, Style-Sheet ist hier in einem extra Folder, falls man mehr davon braucht. Ja, dann haben wir hier den eigentlichen Index. Damit geht es los. Sie sehen, das ist immer gleich aufgebaut. Wir haben also hier im oberen Bereich dieses Include-Header. Dann kommt der eigentliche Content und dann kommt eben hier nochmal Include von dem Footer. Und das sieht hier bei den Potatoes genauso aus. Also hier haben wir unseren Include von dem Header. Dann kommt eben das, was wir da auf der Kartoffelseite haben. Und dann wird eben entsprechend unten der Footer eingeblendet. Werfen wir mal einen Blick auf die Struktur. Also hier haben wir in der Mitte unseren Hauptschirm. Das ist das Main. Hier haben wir diesen Navigations-Sidebar. Hier gibt es so einen Sidebar mit Werbung. Und nochmal so einen Kontaktknopf. Das ist jetzt im Prinzip unser Footer. Das ist unser Header. Also im Prinzip nichts Besonderes. Ja, und das ist jetzt irgendwie so, dass die entsprechend sich anpassen. Und Sie sehen, man sollte sowas dann möglichst in verschiedenen Browsern ausprobieren. Ich habe jetzt mal hier den Opera. Und hier, das ist der Edge. Da sieht die Seite dann eben entsprechend so aus. Ja, da kann man jetzt mal gucken. Wenn wir das zusammenschieben, dann passiert hier was. Ja, können Sie sich vorstellen, wenn Sie das Ganze dann irgendwie auf dem Handy haben, dann liegen die am Ende eben entsprechend alle untereinander. Dann haben wir hier nochmal den Google Chrome. Ja, da sehen wir mal, wenn wir das jetzt hier mal so zusammenschieben, sehen Sie, verändert sich das entsprechend. Und das ist im Prinzip immer das Gleiche. Ja, also hier Header und Footer bleiben gleich. Und was man auch noch testen sollte, ist immer der Firefox. Der ist auch relativ verbreitet. Und dann sieht das eben auf dem Firefox entsprechend so aus. Also das ist jetzt so eine ganz einfache Seite. Und die wollen wir jetzt mal verändern. Und genau diese Veränderung, das machen wir dann im nächsten Video.